Eeeeeeeeeeeeh Roll to communications B 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 Monster ja Lachen Fail Fail Ey glaub dir das ja doch wir das Achtungsteigen, mach ich mal ehrlich Ne Wenn du kein pc hast, mit Touch nicht Weißt du was in Icons find ich jetzt nicht so verrauscht Pfffff okay ist okay wenn sie es sind wenn sie die Schocker spiel so geht es ist halt nicht mehr aber recht aber wenn sie hier anfangen Hartz-Kopf-Bast-Map zu machen und auch nicht mit Gänzen und es endet noch lässt sich nicht gestanden wie man es dort auf wirklich dass die Ruhe ja mache ich das ist Ruhe er wird tot typisch Quarte dann kann ich nicht mehr sehen alles G-Morten alles G-Morten es ist es reicht jetzt was wenn ich jetzt wenn Reina bei einem Zink und bekommst du einen Kopie zu sein das erste Mal mit was wenn du siehst nicht also wenn das jetzt richtig Musik wäre dann ja aber spielt sich darum und die Leute nicht zu verschrecken sie ist bitte nicht okay es ist aber so dass ich das Leben die Leute ist ein Solo-Sofa schlecht da kannst du nichts mehr machen ja wir haben schon bei dir ich bin für alle Fälle Zettel Sprenggruppe Mando auf Newtown Ja Nee Nee, wer sagt das? Du siehst, ey, mach mal deine Klotzluft, du Arsch-Krampe! Dein Akzent ist geil Wessen Akzent? Wie monst du? Ey, lass mal deinen Akzent so groß, du gibst das nicht weiter, ja? Ja Ich hab' gesagt, der ist geil Das weiß, dass ich geil bin Das hat dein Schwager auch gesagt, ne? Was für eine Ironie Was für eine Ironie! Er spielt mit Granadierfahne und zwar Aufsatz Ich spiel' A494 und zwar mit meinem dicken Penis Also aufgrund Mörser-Erkenntnisse von wichtigen Personen haben wir der Frau gemacht, dass der Penis klein ist Aha, und die Person wäre? Ich lass' mal den Knecht rein Ich lass' mal den Knecht rein, ne? Ich bleib' anonym Oh, he got that skill Ist das geil, ne? Vor allem, dass er die Position verraten hat Der Wichser Das ist ja nicht so, dass ich da umcapt Ich schau' halt nur so aus Ich fass' nicht, das bin ich Das ist eine Verwechslung Sprengkommando 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 das geht los alle ich könnte natürlich mit einem account spielen die einer spielen weist ich habe von der kreine ich kann ja auch tipps geben wie du erreichen kannst das geht das kommt bei mir automatisch irgendwann keine angst das war bei black ops erbaut werden wir traurig sind auch so da bist du auch die als jünger 30 fast jeden spiel gerissen er ist schon 30 habe ich ohne probleme gerissen zwar kindergarten ja schön aber du hast vorher auch schon groß zu dir gespielt ich nicht ich auch nicht ich spiel es jetzt hier die vier das siehste ich habe seit dem kurskirken der kurs habe ich nicht mal prestig Mo 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 du hast nicht nodesie ja ich habe damals noch gespürst Mo 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 wo ich muss fand mir sich gespielt laut und ja da habe ich irgendwann angefangen das doch noch ein bisschen auto zu spielen und da habe ich irgendwann prestig gedrückt so dieses jahr im sommer auf ps3 oder auf xbox ps3 weiter nein 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 ja mit zusammenspielen was der kopf ich bin mir kopf 2 erweckers 1 da sind wir auch testen ich bin mir gerade präglicher tarnhelikopter unterwegt da ähnlich kurz an mich kurz erst an das spiel da denn zu der scheiß waffe heute verlassen ist das spiel er kommt kriegt die hitmarker maschine 2000 und ich habe gerade anweisungen bekommen vom chef ich wusste das eine halbe stunde raustun ja dann tust wenn ich nicht vergessen wir auch mit dem gehören bin ich mit dem kopf zu holen welches ganz hier nicht machen wo alle goldene schockern aufgehoben er hat hier war es war ja ich nicht ja ich auch nicht und darum denke ich mir das nein ich bin tot schockern kurz verloser mein controller er verrichtet aus ich bin auch nicht immer aggressiv ich habe schon ein Herzprobleme gestern Nacht gehabt ich konnte nicht einschlafen bin mitternacht aufgewacht und hatte wahnsinniges Herzstechen wir haben wir haben durchgetrocknet bis um eins ja und und du bist dann mitternacht aufgestanden mitten in der nacht ich habe mitternacht verstanden wir müssen die runde verlieren nicht vergessen er sagt es den anderen wir sind drei ist lokal jetzt im gegner team loko loko voller wo ist er ich habe gnadenlos und den loko voller das ist nicht wirklich schwer alter ist ein krimiertiges gelegt für euch auch und deine bambuschlägen 32 Kp, 16 Kp Twitch Unnürnstig Unschock an ist doch nicht schwer nur 22 4 das hol ich noch ein mit den 33 10 und entspannen wie es du schaffst das immer und er versteht das nicht ne 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 ich meine du stirbst da ein paar mal wenn ich nicht stirb dann will ich aber zu dir wie zu lernen hat boah wächst das ist wurscht wurscht ob ich verreckt oder nicht Yamabreaker joint nach Opfer Opfer Yamabreaker joint nach Opfer verstehst du der ist größer als ich YouTube oder was? und YouTube ja darf ich den adden? push du mich? push du mich? glaube ich nicht ok soll sich verpissen der Hurensohn diese Runde haben wir verloren 1 zu 3 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 2 2 3 1 3 der Bommel der Kaisof nur wenn eine platziert haben also Bommel es ist lustig ist genau auf den Tropfen der Stuttgart mit über die Bühne und Fius hat ihn erneut ist mindestens Hälter ist da bin ich fehlender habe ich und besitzt mit 16 YouTuber nur wie es ein Hälter 16 YouTube nun aber Nenung Logik ist gewünscht ich habe eine Schaltung frei gescheitend ne fickt dich doch erinnerst du freigeschalten? ich schalte einfach ich schaue viele dass sie das Spiel verlassen haben ich gehe hoch die Bombe wetten zwei Gegner ich lese mir am besten mal kurz die Nachricht Verbündete VTOL-Einheit unterwegs HÄH? er schreibt mir BATS, PARADISE, Pfeil, EVIL, REFUSE ich habe ein Fragezeichen zurück wo ist jetzt dieser komische Famer YouTuber? ich glaube er hat er PELSTORM RAKETE UNTERWEGS 36 5 ich habe eine Endplatte ja ich weiß nicht wo ich hinbeziehungsweise bis dahin also man sieht ihn immer erst zu spät ne? nö ich habe gar nicht gewusst dass er noch nicht in Dremst war er ist eh nur mehr einer Auftrag erledigt so ich habe gewechselt ne? BIMON von Green Day Mucke auf Linken Park Buh und schaue du bei Elso Wolle wieder da WICOM BACK BITCH die 49 ich auch fast 3 mal Blut ist die verdient G-G-G-G-G-G-G-L-O-S äh wie man 49? ja 49 SORO wer zwei besten Lobby ist OOOH wer ist der beste Lobby oOOH bin ich geil wie Monster? ja ich Loco, du gehst doch prestig, ne? Hm? Du gehst prestig, Leute. Ja, hatte ich vor. Wenn ich nicht fliege immer. Ich muss mal richtig spiel. Du bist wie ein Töner. Na, na, na. Ich mach mal Tantop raus, oder? Ja, ich mach Tantop raus und nimm jetzt mit Orbital. Äh, schau, NRL. Wer hat genau immer Orbital-Dings mit, das ist fast ganz praktisch. Alter, ich spiel gegen euch, ihr Pissköpfe. Ja, ich spiel gegen euch, ihr Pissköpfe. Und wer ist Alese? Hey, Loco, du hast doch eben die Scheißkarte. Können wir kurz Hedgeheads pusten? Oh, ne Arsch. Bitte, ich brauch die jetzt. Nee, bist du aus? Ey, komm, bitte. Das kommt alles auf YouTube, ne? Nee, das ist ja egal. Ey, mach's nicht, Loco, 3, 2, 1. Loco, geh das aus ausmachen mit. Nee. Anlass, ey, ich Tanzborn. writer von 2, 3, 2, 1. Das ist schon, bloodstum, ja, und du werd noch mal 20. Oh, schau, schau, was geht, WAS genau? Was ist nicht sagen? Wieso nicht? Doei, ich g notifications, du weißt,sidegnung, ich hoffe jetzt die Rechte. von wie man Angst mehr und wie man wie und wie kostet rechte das Motor unbezahlbar also ich kann so viel verraten sie kosten mehr wesentlich mehr als Windows rechte sie kostet wesentlich mehr als komplett Microsoft oh he got the skill das die Bombe hochgehen was nicht ganz weil wir spielen zu dritten nicht das ist was wir nachteilig werden beste sich so so gut zu hatten bei denen im Team ist die 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 Probe ich glaube nicht ich glaube das nicht da war er hat sich die Schlüssel das Wort das Hipspray das Wester er kommt sagte sich in seine ecke ok nein das war das jetzt noch ja durch trock ich soll ich fragen ob ob irgendwie so ein bob dazu kommen darf dieses reib komp was von bob ich kenne den typen nicht immer die Famous von mir nee ok zwar Addis ja ha 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 ich jetzt Addis da vor allem immer rein das Weser mach doch du Loco wohinste hin ich war grad beschäftigt mit Tränen ja 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 einfach zweimal auf Start gucken ich geh raus du kannst doch nicht zu 2 gegen 4 spielen ist das Schwachsinn ja was du mit 3 gegen 4 geht auch nicht glaubts da verändert sich irgendwas Schwachsinn 3 gegen 4 ist sowas mal kurz auf Facebook gucken war ich Host oder was wer ist jetzt rausgegangen von euch bei dir ja ihr lachen älter älter oder was bei Schatz 2 wartet auf mich was ist mit 18 Uhr weiß ich hä ah ok wem soll ich beitreten äh mir wer ist mir ist wer ist ist der Pro-like-Typ da achten Minister No Name wir wöcheln Wörter in er sie kann die wo auch ist oder ich das wie Edmund soll er euch doch zu wissen werden die Fresse Alte Herr Korb hübschen hier ist noch mal Lucio dafür wieder klären der Kindheit dabei haben wir mit LHL spielen wir mögen Twitter doch du ich auch schon Ja, das sieht man. Ich tue es. Soll ich das Screoge checken? Ja, wie? Handy, warte. Handy, wo ist Handy? Da ist Handy. Wie dann? Stimmt, ich werde prestigen, so. Was ist jetzt prestiget? So, Bild gemacht, ich schicke es gleich, okay? Du hast eine E-Mail, schreib dir eine E-Mail, dass die schickste da. Ja, das ist nicht mehr. Oh, Kroaten. Kroaten? Ja. Ich mach' einen Skype stumm, oder? Wenn ich die beleidige, oder? Was ist das für ein Prestige? Welches? 7, naja, richtig geil. Das gefällt mir auch fast genauso ausfindig, wie das in Black of Science. Voila. Amela! Echt, du dich mal stumm bei Xbox, gell? Warum? Weil ich dich doppelt, ja. Achso. Du, Khandjokl. Robla. Du musst jetzt hier, Waffenstufe 15 am Start. Leg mal los, weiter geht's. Waffenstufe 1. Bist du Prestige gegangen? Nee. Ja. Ja, aber nicht richtiges Prestige, oder? Ja, Waffenprestige. Ja. Ich befürchte, der Beemon wird noch vor mir Prestige gehen. Ey. Ey. Ich hab Techniker dabei, gell, wenn ihr Vorräte habt. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Wir haben, wir haben Tarnjob, was ich Orbital loadst da und wie toll. Du könntest, irgendjemand könnte mal ein paar Pizze Dings reinnehmen hier, ähm. Normaler, normales Flugzeug, weißt du so, Tuf Tuf Flugzeug hier. Was ist Tuf Flugzeug? Tuf Tuf Flugzeug, du weißt du doch, Mensch, hier, was so hier aufdeckt und so. Stell dich nur so an. Drohne. Ne, genau. Ne. Ne. Seh ich nicht ein. Ich hab' nicht von dir geredet. Ach, so gut. Ne, Api. Last Turo, mach du. Loco. Loco. Loco, das ist, das ist ein Niveau. Mach du das. Äh, das ist Trottlander. Boah. Du bist dran. Okay. Ich los, dann über 7 Api auch. Ja, ist auch. Geil. Und wir sind ein bisschen schöne, die Unterzahl, kann man jetzt auch mal erklären. Okay, No-Fall-Plan, so kann es nicht weitergehen, No-Fall-Plan am Start. Wer da wäre? Sniper, jetzt Eckhoff warten. Er, er sieht mich natürlich. Was heißt eigentlich NNL? No, real life. Ja, das hast du auch. Habe ich nicht raushauen? Ja. Du hast wirklich? Habe ich wirklich? Nö. Nö. Ah, diese scheiß Sky-Age, die leid immer so extrem lahm noch, ey. Nö. Ach, was? Nö. 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 ocratic, hier. Nö. Er das war dabei, es die Val hier jetzt, oder? Na, amViewer zu erfolfenert sein. Oh, firmen Sie zur Verarmung des quandrijes Şimdi. an die Läden machen Verschwörung Hahahaha es ist der Schilder und der uns geplant Scheiße das ist raus Hahahaha durch die Lärmste es ist das bieten hat bisher zufrieden Schöpfer ab er ist der Opfer ist er hat er ist geil so kann es mit dem nicht weitergehen er hat er ist wir wollen es alle nachdem er wird er die schreckt 20 Uhr ich hab abgedrückt Ich hab abgedrückt! Echt? Ich bin schon gut geklappt. Och mann! Jaaa! Hä? Oh diese Scheiß-Hack-Blitcher ey, die kotzen mich so an! Dankeschön! Ich hab' 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 ich Warum? Die passt doch. Giga ist ne Scheiße. Ja, als Maul ey. Wenn ihr auf dem Niveau nicht mithalten könnt ihr euer Problem. Ich bin ein... von... Man kann doch selbst auf dem Niveau nicht mithalten. Ja, weil das liegt alles am Team. Als Maul. Wie ist das wieder zonfähig um ihn zu kehren? Du hast mir Knie geklaut! Wie immer ich, gell? Und der hat mich schon angeklotzt. Ach, ich hätte nicht gehabt. Alles zu sehen. Oh, ey, es geht gar nicht. Du bist Spunner, der gleiche Schnee kann. Loco ist raus, wieso? Weil er es nicht kann. Genau. Es geht ja nicht. Ich kann nicht nur die humming. Nein, oder? Das geht nur noch zu incorporates. Und es sieht aus. Und es ist ausschließlich aus. Und es ist auch. Und es ist nur nix. Schauen wir, was der LMS weiter so will? Ja genau, jetzt bin ich ja auch noch ein letzter Abschuss am Arsch. Boah, ja, ich brauch's nicht mehr. Erde, wem Erde gebührt. Hier, Biest, kannst du gleich noch mal rausgehen? Zulchapel nannte sich Omenloco134. Ich soll rausgehen? Warte mal. Ähm, was ist denn? Ja, kannst du wieder kurz rausgehen? Ich will noch jemanden einladen. Ja, warum steht hier eine neue Partyverbindung, wenn ich der Partyführer bin? Der Park, die Führer. Wenigstens eher bis die Führer. Ich fühl hier den Clan an, so. Ne, ne, nicht wirklich, aber ne. Er leider eigentlich den Kunden. Noko fliegt sich die ganze raus, ne? Ich glaub nicht. Hier, du kannst du NRL reinmachen. Ne? Kannst du NRL reinmachen. Was? NRL. Was? Ich glaub, er ignoriert dich grad eiskalt. Ich hab' mal aufgedeckt. Anfang? Du kannst anfangen, ja. Gut. Er hat sich in NRL einen Clan back. Hallo, was hast du mir grad für ne Sprachnachricht geschickt? Äh, dass du mich zur Party einladen sollst, aber ich wusste nicht, dass du hier in Skype... Wie wär's, wenn du einfach bloß schreibst? Lade mich bitte zur Party ein und mir nicht irgendwelche Sprachnachrichten schickst. Kein Räder. Das wäre viel einfacher. Schau, wie einheitlich es jetzt mal ausschaut. Aber dann können wir das Screechop auch über Facebook laden und ich mach schon einen. Ich warte, bis ich plötzlich vier bin. Ich f5 bin, schau geil aus. Mi, 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 mi. Boah, bist du hardcore, alter. So hardcore. Ich bin bei Ihnen in der Base. Ich bin in der Stellung. Ich bin betohut. Ich war in der Stellung. Ich bin im Garten. In welchem wohl? In dem von Pimon seinem Schwager? Rechne, ey. Na, ich verzeihe, drunter. Ey, ist hier eine Türke drin. Also ist ein Türke hier drin. Nö. Gut. Nein, das ist halt gut gesagt, weißt? Und zu mir sagst, ich muss mich zurückhalten, Bibern. Da kommt einer hoch, da kommt einer hoch. Was darf ich denn gerade angehen, nicht voll. Haben. Nein, ich bin tot. Was fällt dir ein, du behältes Miststück? Alter. Ja, so geil ist es. Boah, den verliebt. Wobei schilfst du mit dem Revolver. Das darf ich gerade jetzt nachher, es kommt nicht entgegen. Stopp. Feinde haben die Stellung erobert. Feindliche Vorräte unterwegs. Multi, wir müssen mal wieder so ein Skill-Game-Place reißen, ist wirklich so, ne? Nö. Wir hatten heute überhaupt noch keine Stats über 90. Wir hatten vorhin 16, 17. Ja, kommt doch so. Gestern warst du gegen 23 Uhr, oder? Nö. Vielleicht sind wir fast schon früher. Ja, ich hab noch jemand den Hahn, der hat den Hahn-Hehle, den Hahn-Hehling. Oh, 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 oh. Nein, da hocken zwei in der, oh, da hocken zwei in der Stube, ey. Genau im Wohnzimmer hocken die. Haha, Kaffee-Klatsch. Bei jemandem hat ein bisschen, richtig quer. Ich hab 8-0. Moab incoming. Moab, sowieso. Moab, ne? Mein Controller, Spack, wir müssen nach der Runde mal kurz zu meinem Controller, muss ich mein Controller mit der Sau machen. Oh, hast du schon mal drauf gewichst, oder was? Ja, geht's bitte, oder? Oh, ich hab Tarnel. Erde, wem Erde gebührt. Warte, was gebührt, die Controller? Sperr, mach nichts. Nein, diese Fotze. Tschül doch mal. So kurz sagt er, dass ich es jetzt irgendwie von der Lustigkeit habe. Boah, zwei Kills von Steph-Helikopter. Das ist nichts Besonderes, würde ich sagen. Wir reden weiter, wenn du einen von Hunde verdeckst, wie ich jetzt. Von hinten kommt einer Beeman. Er ist unten, er ist unten, er ist unten! Siehst, ein Rage. So ein Rage? Ne, keine Ahnung. Das war ein schöner Truvel-Feed, mir nicht. Das war einfach purer Skill. Boah, der Arschloch hat für uns Kill, ja. Hey, uns Kill beim Scherzen. Achtung, von hinten. Ah, shit. Ja, sieh, Achtung, von hinten, das gehört? Unter uns. Haha, der war gemein. Unter uns, diese unter uns. Hm. Kennisch. Ja, du, unter deinem. Ja, ne? Stellung gehört uns. Piest, woher? Ich hab, ich kann mir nichts vorhabern. Ey, Mann! Ey, die Zustimmung ist ganz schön, wir haben drei Minuten. Nein! Und vom Lodestunk, dann kommt er mit seiner MSC und sprayt mich einfach weg von 10 Millimeter. Boah, der überlebt drei Schüsse mit dem Revolver. Boah, der überlebt drei Schüsse mit dem Revolver. Boah. Es gibt einen Revolver. Ja. Hört das hier nicht aus wie eine Schrotflinte? Ja, wie schon. Was ist das für Leuchtpistole, sowas? Ja, dann. Hat er den Titel? Ich glaub, der Typ hat den Titel mit 8-fach-Kill. Einer erlebt. Scheiße. Ich will immer eine Grenade, wenn mir eine gegenüber kommt. Ja, ne, verrägt mich nicht. Boah. Ich stell fest, zum linken Pack, musikmäßig läuft's nicht so gut wie zu Dingens. Er ist der Vorräte. Er trifft mich. Ja. Nein, einen von Lodestunk, nee. Oh, ich war auch schon vorräten. Ich hab mich auch verkraftet. Oh, 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 oh. Das Ding? Ja, er, er killed mich aber so richtig One-Shot durch den Ball. Äh, was ging ihm gerade? Ja, Mann, was geht's? Ja, Mann, was geht's? Boah, ey, du vor Wochenst du überhaupt noch heute mitspieltest, mal ganz ehrlich. nicht das bringt er ist nicht bei dir ich bin in Karte aus der Beflogen das was du mit der Unterricht ist irgendwie so ein Penis in der Schlüssel an ich habe den Weißen er sagt er lassen muss ein Mann der Stoffe von der Prozessor schon Frauen einfach bloß ein Roto mit dem großen Loch und dann ist gut ich habe so ich mache es erst mal kurz was man Rastik 7 und dann brannte seine Wohnung komplett aus ja natürlich natürlich guck mal der Linibeer Stellung abgelegt wahrscheinlich nur mit dem hast du dann in deinem Handy geholt das ganze vergesst du brauchst du wieder das Spielband das ist das VD ist eh mit dem Handy gemacht was glaubst du 50k no problem bitch Blitzschlag erwartet für Ordinaten Stellung und Kämpf einsatzbereit wir nehmen Luftraum und einsatzbereit Konterdrohne nähert sich also der Link liegt im Moment richtig krass Ordinaten für Blitzschlag empfangen steht bevor 2 bestätigt Versteller ich denke das ja klar Boah dieser schwule Türke hat und ah Geh weg Nein darf ich sterben nicht sterben nicht sterben nicht sterben nicht sterben oh Gott für allen vor dem behinderten Teil nein schon wieder ein vorm Lautster ohne er sprayt mich weg mit seinen ich bin tot ich nehm nie wieder Orbital mit ohne Scheiße das Teil kotzt an ich hol jetzt erstmal meine Naht fort nach schnell auf nicht leicht mir war egal das Gute ist nach dem Spiel habe ich jetzt endlich mal mein Full Metal Jacket bei meiner Score Age und dann kannst du alles wegkürzen ja deswegen ja Stellung identifiziert Prozent ja jetzt müssen die noch wegkriegen ja klar Logo ja ja MP-Granaten werden benutzt in dem Gamer-Ready-Box äh ich nimm da nix drunter diese verschissene Drohne mit ja auch kurzer drunter und Orbital du bist schon dabei ah ok dann nimm die Wächter vielleicht noch mit wenn es geht dann bist du auch dabei ja 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 das ja ja ich digo ja ja es Warte, hat jemand einen Hacker oder Te... Lass mir jetzt... Ja, ich hab Techniker. Ja, okay, weiter sagst du Techniker dabei? Nee, aber er ist dann. Fick dich, seh dich nötiger als du. Ach, die hocken alle in dem Scheißhaus, ey. Und ich bin oben und gegen das Scheißhaus. BAM, NIGA, DRIBBLE! NEIN! Kurz vor Multi! Nein, du steht doch genau vor mir, ey, ich glaub das nicht. Oh fuck. Alles klar. Pass auf, ich guck das, ich guck da, da, da ist das gewesen. Pass auf, ey, ich guck da jetzt zur Tür rein, oder? Ja, hier. Angerannt wie so'n Bekorb. EMPIEBIC! Boah. Was soll ich? Woher Freiburg, ach du Scheiße. Ich level ich irgendwie überhaupt nicht mehr so schnell. Ja, das ist eigentlich logisch, dass du irgendwann mal so schneller willst. Ja, aber ich mein, ich würd's. Das fällt einem gar nicht mehr. Wer schrubbt sich da gerade einer? Ja. Da lang wird aufzuladen. Ach, ich wusst's. Alter! Das ist das Hessel, was denken wir? Durch die Hobbys. Ja. Black Ops 2 und jetzt. Ah, okay. Das ist kein Hobby, das ist ein Leben. YouTube und jetzt. Okay, das zählt. Das ist alles nur ein Hobby, ja. Und dabei geht's ihnen nur ums Geld. Und dabei geht's ihnen nur ums Geld bei und dann aufzuladen. Das ist wichtig.